Hi, hier ist der Christian. Heute wollte ich mal die Bäume hier schneiden. Dann sind wir hier oben in der Stromleitung. Wenn die da noch ein bisschen mehr wackeln beim Wind, dann hauen die mir da immer dagegen. Und den hier will ich auch nochmal schneiden. Dann haben wir hier ein bisschen Ordnung. Und nachher habe ich da hinten noch einen Baum, aber das schauen wir uns dann nachher an. Schock. Mmm. 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 Oh. 1, 2, 1, 1. Was ist falsch rum? vielleicht jetzt hier habe ich gedacht hier und hier einschneiden dass er dann nach darüber fällt aber wie ihr seht hier ist total abschütten ich weiß nicht Ruhig. Das war super! Das war wirklich klasse! Der ist ja ideal gefallen. Den kann man schon sehen, der ist total kaputt. Ja, den kann ich jetzt schön klein machen. Der ist nicht schlecht. Dann kann man den wegfahren. Ein Gluck. Aber den Stumpf werde ich noch mal nachschneiden. Die 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 Stumpf wird noch nicht mehr verletzt. Die Stumpf wird noch nicht mehr verletzt. Der ist ja schon trocken. Die Stumpf wird noch nicht mehr verletzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020